Ich würde mich schon ein bisschen ärgern. Hä? Es leckt. Bitte nicht draufschlagen. Es leckt. Hä? Alles klar, Timolia. Was kannst du eigentlich? Alles klar, Internet. Meine Zeit kackt ab, glaube ich. Es gab mein... Ja, es gab nur den Seiten. Mein... Yo, Leute, was geht denn mit dem zu deiner neuen Folge Minecraft? Und ja, hey Moritz, hey, alle schreiben hey. Und, alles klar. Ey, Leute, wir machen heute mal wieder PPP vs. You. Diesmal mit dem lieben Gleis, auch hier bekannt als... Äh... I don't know where you are. Darfst du das? Ja. Unfähige Ente, alles klar. Und ja, ähm, let's look how you play. Okay, 101, Leute, er steht 0,0. Und ich hab den Labby-Mod, das heißt, ihr seht jetzt die Stats da, rechts. Und wenn ich zu faul jetzt bin, dann werde ich das jetzt nicht einblenden. Nein, wir gucken mal, Leute. Weil, ähm, die Stats halt schon viel von dem Bildschirm einnehmen. Hey, komm. Und ich bin gerade 0 eingespielt. Also, ich spiel grad ernsthaft die erste Runde in meinen Klickspeed. Könnt ihr außerdem auch sehen. Und ja. Ich glaub, wenn ich... Ich hab grad einen Klickspeed von unfähige Ente, Alter. Das ist grad so bad. Ich glaub, das ist grad... Ich muss gleich mal nach einem Schnitt guck ich mir das auf jeden Fall an, wie viel... Was für ein Klickspeed ich gleich hatte. Bitch, bitch better have my money. Na, jetzt frisst er den Gold. Okay. Okay, so. So, auf jeden Fall unfähig. Na, muss ich mir sagen. Außerdem, ich glaub, mit dem Labby-Mod, das ist kein Hack, Leute. Ich find das immer so witzig, wie viele Leute das immer behaupten im Stream, dass das ein Hack ist. Okay. Ähm, 1,0, Leute. Und das steht auch jetzt rechts, wow, oder? Sound-Defex sind dabei. Wow. Na, du schreibst mal in die Kommentare, in die Kommentare, Hashtag, eh, Stats oder Hashtag Labby-Mod. Und dann können wir mal gucken, was hier mehr... Lol, ich sehe dich nicht, warte. So, zu, lol. Okay, weil mir leckst gerade. So, jetzt. Du bist hier die Spanisch. Da, jetzt sehe ich dich. Okay. Okay. Ähm, Heken, Hex, 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 Hexer, 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 Hexer. Hex. Hex, 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 Hex. Ähm, Hex, 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 Hex. Ein Moment, weil es schon wieder... Also, ich mach's glaube ich so, dass wir dich jetzt erstmal ausbähnen. Schreibt einfach mal rein, ob ihr vielleicht doch dieses Suspämerei da ertragen könnt. Achso, du, Damage, die Korter bei Melden, Martin? Äh, ja, aber den sieht man, weil die Mulher nicht verlettern verboten ist. So, aber im Moment schlage ich mich gut, Leute. Ich meine, ich hab noch fünf Runden vor mir. Äh, ne, vier Runden. Ich war auch gerade wieder auf der Chemist, das heißt, es kommt ein schöner Vlog mit zwei Chemistagen, Leute. Seid darauf gespannt. Und, ja, zweite Null am Ende. Leute, wer möchte das nächste Mal dabei sein, der muss dann einfach mal hier unter die Kommentare schreiben. Ich möchte dabei sein, Leute. Aber, äh, ich kann natürlich nicht jeden nehmen, äh, weil wir sind schon... Äh, ich bemühe mich zwar, und äh, ich denke mal, wenn die ziemlich aktive Zuschauer seid, werdet ihr auch zu 100 Prozent nochmal hier dabei sein. Äh, gleich hab ich jetzt aus random, so random drangenommen, weil ich einfach gerade von der Kiebs wiederkam. Hab meine Kontakt ist durchgeguckt. Hatte der ein wenig Lack. Okay, jetzt muss ich mich echt ein bisschen anstrengen. Ich bin gerade, bin nämlich gerade so wie so ein richtiger Lappen. So. So, als müssen wir mal hier angreifen, obwohl ich die ganze Zeit... Ja, gut. Das Gute ist halt, er ist auch nicht eingespielt. Mein AIM ist gerade gleich rot. Und mein Klickspeed ist gleich baum. Ja, meine Baume auch. Okay. Turn. Okay. 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 Leute, 3-0, 3-0, alles klar, Leute. Okay. Also, ähm, ich darf nicht so viel, äh, also ich, ich kann jetzt nicht so viel reden, weil ich halt echt ein bisschen konzentriert bin, obwohl ich echt nicht gerade gut spiele. Hier seht ihr, Ping seht ihr auch rechts on, äh, wer gerade online ist, auf welcher IP wir sind. Klicks könnt ihr hier sehen, warte mal. Lass mal kurz, ich guck mal, wie viel ich hinkriege. Acht, neun, elf. Ja, elf ist das Höchste. So, wo bist du? Äh. Okay. So, jetzt hier seht ihr hier erstmal ein bisschen mit dem Bogen und nochmal. Und jetzt geh´d wieder wieder rein. Bitch, bitch, bitch,чно, elf mal. Unfähige Entklift. Nee, du gehst wieder rein. Oh, doch nicht. A du bist unfähig. Ich bin nicht übelunfähig. Oh, Leute,Alex, Post. Bettrent 5 0 alles klar, wenn letztendlich alles klar wird. Leute, das könnte jetzt das erste Mal, dass ich 50 Euro Gewinner Drückt mir die Daumen. Drückt mir die Daumen. Ich habe vor, du würdest jetzt die letzten Punkte machen, Alter. Ich würde mich schon ein bisschen ärgern. Hä? Es leckt. Bitte nicht draufschlagen. Es leckt. Hä? Alles klar, Timolia. Alles klar, Internet. Meine Internet kommt ab, glaube ich. Es gab mal... Es gab mal den... Der ist gerade mal den Ernst von meinem Internet, Alter. Okay. Und mit diesem schönen letzten Screen beenden wir jetzt die Folge. 4 zu 0, ich meine, da kann man nicht mehr viel machen. Dafür machen wir in der nächsten Folge einen 6 zu 0. Das Internet von mir ist abgekackt und dann ist der einfach offline gegangen. Also kann man mal machen, ne? Und haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Und schau. 1, 2, 3. 2, 3. 4, 4. 5, 4, 5, 4. 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8. 7, 8. 7, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11. Vielen Dank.